Vor zehn Jahren war das alles noch ein bisschen kleiner, ein bisschen komprimierter und von den Leuten, die daran geglaubt haben, waren es halt jetzt auch nicht so viele, wie wir es jetzt hier haben. Am Biken selbst ist das beeindruckendste das Gefühl, was man einfach bei dem Fahrradfahren erlebt. Man kann dadurch einfach viel verarbeiten, man kann einfach den Kopf ausschalten, man kann den Sport halt auch mit Gleichgesinnten aussuchen. Diverse Emotionen kann man damit einfach gut verbinden. Am Bikepark hier ist das Besondere, dass wir hier eine Area bieten, wo halt Jung und Alt zusammenkommen. Man kann sich selber einfach aktiv einbringen. Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, sich zu connecten, Beziehungen aufzubauen über das Fahrrad hinaus. Und das ist eigentlich echt eine coole Location hier und man hört es vielleicht im Hintergrund. Die Leute haben Spaß und das ist einfach. Das macht einfach Spaß, Herr.